Ich wurde auch noch mal informiert, wie das hier vor sich geht, dass ich mich überfahren werde, dass ich in Ruhe entscheiden kann, wie wir das dann am Ende durchführen. Ich muss sagen, das wurde alles super bestätigt. Ich konnte dann sehr gut frei entscheiden, welche Wahl ich habe, was ich mache und entsprechend der Situation, mit der ich hierher kommen bin, wurde so viel rausgeholt, dass ich das gar nicht erwartet hätte. Also, dass ich feste Zähne habe und oben war auch fest. Und das ist eine tolle Sache. Also, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus möchte ich sagen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt hierher, gebt nicht auf, sagt nicht, ich habe keine Zähne mehr, ich gehe jetzt ins Grab, sondern das Leben geht weiter und mit den neuen Zähnen werdet ihr sehen, dass das alles super wird. Das war heute krummer etwas, was ich dachte mir, ich würde mich nicht ihr sehen, dass das alles so sehr gut ging. Also, das war mir sicher, meine такое krummer ist zu sagen. Also, ich hatte mich100 ciento, falls mich schonunderegen und schüssen, einfach normal hat, mich oben noch etwas gemacht hat, Mir definiert. Und das ist ein bisschen wäre es nicht so einfach, Das war mir jetzt überhaupt nicht, sage ich mir ganz Attention, wenn du schon einmal im Haupt redan servant Ahal Kraft des